halli hallo meine lieben und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play planerbase hier auf zeigt ich begrüße euch hallöchen ich mache jetzt mal ein bisschen ton okay ton sollte super sein jetzt gucken wir haben so viele aufträge dass ich gar nicht mehr weiß wo wir eigentlich aufgehört haben aber dadurch dass es so viele sind werden wir auf jeden fall mal gucken wir haben auf jeden fall ein netzproblem zumindest im augenblick noch hier hinten wird ja schon hart daran gearbeitet das bedeutet wir werden jetzt folgendermaßen vorgehen müssen der wind nimmt gerade zu das ist eine könnte uns eine ganz gute sache bringen aber wir gehen schwach in die nacht das ist ein ganz großes problem ja jetzt geht er seufzt uns tagsüber auch der wind ab da müssen wir ein bisschen aufpassen naja viel kommt da nicht rein jetzt gucken wir mal gerade wir machen plus die bewölkung lässt langsam die trübung lässt ein bisschen nach aber das bringt uns jetzt auch nichts mehr ich hoffe dass da noch ein blitz einschlag kommt zumindest ein richtiger blitz einschlag ja jetzt war einer da wind kommt auch wieder aber halt viel zu wenig viel viel zu wenig die nacht ist noch nicht mit dem ansatz vorbei okay ich schalte mal kurz alles aus wir produzieren wieder ein bisschen wie schaut zehn aus zwei große windturbinen die allerdings noch nicht weiter kommen okay ich schau mal was das netz gerade sagt das netz sagt es baut sich gerade so ein bisschen auf wir müssen aufpassen dass unsere leute auch schlaf und vor allen dingen wasser bekommen also ein bisschen darauf achten aber ihr seht schon selbst jetzt reicht noch nicht aus um uns stabil aufzupumpen schwierige lage ist das hier das ist gerade ganz konfus okay wir machen plus wenigstens füllen wir die speicher auf das ist schon mal eine super sache der wind kommt gerade voll rein das heißt wir können jetzt wieder anschalten tagsüber die trübung nimmt noch zu haben leicht schwächelndes netz aktuell aber die leute die trinken müssen die können wenigstens trinken das ist schon mal eine gute sache auch wenn das netz immer noch nicht ausreicht gucken wir gerade hier haben wir eine förderung gerade drin und pumpen uns erze her die auch hoffentlich bald weiter verarbeitet werden am trink speicher wird es auch gut hier unten fehlen uns auch alles metall okay Metall sollte hier auch ja wohl so will zweimal rein wunderschön gucken wir schnell was das speicher hier hergibt okay das heißt jetzt sollten alle generatoren hier aufarbeiten und das alles locker flockig hinbekommen hier unten haben wir noch ein bisschen mangel und unser lager ist fast voll ich würde vorschlagen wir machen jetzt mal folgendes wir holen uns mal einen händler her ein händler ist glaube ich keine schlechte idee da könnte man vielleicht auch sachen bekommen die wir so nicht kriegen würden beispielsweise wir tauschen irgendwas ein gegen eben metall was wir halt gerade hauptsächlich brauchen schaut's mit den medikamenten aus da haben wir gerade gar nichts da das ist bioplastik problem okay aber das sollte man auch in den griff bekommen gut lassen wir das alles mal ein bisschen hinlaufen soll hier kann gegessen werden das auch schön maximale einheiten okay das mal ganz kurz gucken biodom das sind alles planungen die noch laufen wichtig ist halt dass das hier läuft okay und das sollten wir jetzt auch immer weiter stück für stück aufbauen das soll man ich bin bin mir noch nicht so ganz sicher wie wir das am einfachsten hinbekommen sollen aber ich habe so die hoffnung dass das jetzt mit einem händler ganz gut hinhaut weil hier wird ja auch fleißig eingelagert das ist ja auch der sinn und zweck der ganzen geschichte hier unten hatten wir glaube ich auch die idee nach dem labor sauerstoff schlafzahl fabrik genau und dann glaube ich kommt hier irgendwo genau die robotik einrichtung und da ist ein händler so was hat der hat ein mega großes lager in verfügung ein bohrbord damit hätte man natürlich auch jetzt erst mal ein bisschen mehr luft ein baubord wäre auch was feines aber ein bohrbord interessiert mich gerade mehr und diese fünf mal würden mich auch noch interessieren was können wir dem geben damit wir das erfüllen können wir könnten heilpflanzen tauschen aber auch dann würden wir nicht hinkommen wenn wir den jetzt rausnehmen bräuchten wir nicht so viele heilpflanzen dann könnte man sogar mit ein bisschen kohle noch arbeiten machen wir mal elf heilpflanzen kriegt da so jetzt müssen wir alle erstmal hinlaufen und das hinbringen und dann haben wir vielleicht auch gleich wieder die möglichkeit mehr strom zu generieren um unsere speicher ebenfalls zu donnern aber die sind gerade sehr relativ gut ja relativ gut ist immer so ein relativer satz ne die sind auf jeden fall ganz gut belegt okay lassen wir das mal laufen hier wird bedient und der energiespeichermeld warte 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 okay wir haben noch einen ganzen tank voll lassen wir mal laufen und schauen uns das mal ein bisschen an den da will ich anschauen okay werkzeuge kommen jetzt wieder die brauche auch gleich unmittelbar gut okay schauen wir mal wie schaut es hier aus der drei noch das sollten wir relativ flott schaffen schon wieder das böse wort relativ ne es ist immer so eine Sache okay gucken wir mal schnell ich bin gerade ein bisschen in der hoffnung dass dann sehr viel schnell sehr viel schneller alles läuft aber gucken wir mal so hat er da was da gelassen hier wird repariert das ist gut der wäre mir lieber wenn der repariert werden würde aber gut eins nach dem anderen wie weit reichen eigentlich das ding nicht bis hier rüber naja können wir jetzt erstmal im augenblick noch nichts tun was wichtig ist ist dass das hier gemacht wird und das wird hier auch gemacht das hilft das hilft ja doch voll und ganz der speicher die speicher laden sich jetzt endlich mal auf okay super perfekt neue kollektoren kommen glaube ich auch zwei stück die sind auch wieder hilfreich für die expansion hier runter neue schlafsaal ist auch wichtig sehen wir alles ein neue kantine wäre als nächstes mal wichtig aber gut kommt zeit kommt rad wir müssen mal ganz kurz diese geschichte mal ganz kurz beenden damit unsere arbeitskräfte auch wieder dahin kommen wo sie hingehören nämlich in die weiterverarbeitung weil metalle sind zwar so wichtig aber auch bioplastik wäre jetzt zum beispiel so eine sache die mir sehr gut gefallen würde im augenblick zumindest ok gucken bleiben wir mal hier weil das ist jetzt so eine sache die ist mir wichtig dass das läuft aber viele wollen jetzt auch mal schlafen und so weiter das alles wichtig alles wichtig ok kriegen wir gerade einen schwund da kommt wieder ein händler super extraktor auch eine schöne sache aber der hat jetzt gerade nichts was mich groß wegreizen würde wobei wir könnten mal ganz kurz gucken ob wir das hier handeln könnten da könnte man sogar noch ein bisschen geld einnehmen ok weil auch das bioplastik eine feine sache ist da ist nichts verfügbar und wir bräuchten aber dringend was für die weitere produktion hier So jetzt kommen die natürlich erstmal alle auf die idee der pflanzen rauszuholen das können wir ganz kurz ignorieren das wird ja bedient jetzt auch ok und danach würde ich mir mal vorschlagen dass wir erstmal unsere kolonie mal laufen lassen wie sie gerade aktuell ist mir würde gefallen was würde mir gefallen mir würde gefallen dass wir kolonisten holen und zwar Arbeiter und biologen gleichermaßen noch eine ladung voll ein zwei vielleicht so dass man auf um die 15 15 rum kommen damit wir einen dauerbetrieb hinbekommen drei schichten sozusagen wow blitzeinschlag auf verbindung aber das war doch eigentlich ist da jemand drin komisch ja gut hier sollten mega blitz ableiter stehen theoretisch der diese ganze verbindung reparieren sollte wie auch immer diese blitze sind natürlich schwierig sind wir ehrlich das ist ein bisschen katastrophe für uns so hier wird weitergearbeitet hier aber noch gar nicht so wirklich aber gut wir bleiben dran wir bleiben dran wir gucken auch weiter dass es ein bisschen hübscher läuft dass das alles insgesamt fluffig ist und ein bildchen machen wir zwei neue strukturen wo denn da hinten ah ok aber das nur eine struktur wo ist die zweite war das der sauerstoffgenerator nö ne vielleicht doch ach doch die anbindung dazu ok so hier kommen wieder neue sachen und jetzt gucken wir mal schnell wie viel kommt da einer naja gut immerhin der hilft uns jetzt schon mal hier drin ein bisschen weiter dann können wir jetzt zumindest mal sagen da wir naja wobei wir brauchen die biologen schon wir bauen ja gerade im prinzip an einem sehr großen warte mal wo ist er denn da oben ist er an einem sehr großen biodom der braucht zwar noch sieben aber wenn die sieben voll sind dann müssen wir gucken so ich arbeite jetzt mal daran dass die weiterverarbeitung hier ein bisschen besser klappt weil wir uns gehen gerade die ersatzteile ein bisschen baden und ich glaube hier haben wir gerade keine drin und ich finde es wichtig dass hier mal ein bisschen auch die leute hier raus kommen weil so viele die sich ein bein brechen ist immer eine blöde sache war noch nie gut für unser gemüt jawoll so will ich das gucken wir schnell einer frei hier ist auch noch mal eins frei ja das sollte sollte besser werden klappt auch die produktion hier mal ein bisschen hier geht es weiter hier kommen die nächsten leoplastik noch mal rein auch hierbei sehen wir dann die produktion stabil steigen hoffe ich denn wir brauchen das jetzt gerade wohl ganz arg weil hier ihr seht schon hier ist auch anständig ist halt nicht mehr super hier und damit auch nicht mehr so der der pump der normalerweise auch da sein sollte und mir ist wichtig dass hier vor allen dingen auch mal bioplastik landet und das schaffen wir halt auch nur wenn die produktion stetig am laufen ist da wir genug stärke auch im lager haben sollte das für uns jetzt in dem sinne erstmal kein problem sein so guck mal läuft Okay, das läuft auch soweit Alles ganz gut Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen Das sollte jeweils soweit Eigentlich eine gute Sache sein Hm, jetzt fehlt uns hier ein bisschen Die Versorgung, aber die kommt schon Insgesamt ist hier Die Leute nicht so ganz moralisch Gut dabei Hm, Bioplastik wandert hauptsächlich Halt hier runter in die Produktion, was mir jetzt erstmal Nicht wehtut, denn auch da brauchen wir Natürlich mehr Nachschub Aber wenn das schnell geht Sollten die auch genug Wieder rausbekommen, um Die Dinger hier zu versorgen Gucken wir mal schnell, ja Wird gleich fertig Gucken wir mal schnell Irgendwo ein Doktor Ja, der läuft, wo läuft denn der Damit hin Wahrscheinlich nach draußen Irgendwo fehlt da wahrscheinlich Ein Bioplastik oder sowas Wo willst du damit hin Ah, hier runter, okay Ja, die liefern hier halt auch schon Bioplastik ohne Ende an Kein Wunder, dass wir nichts mehr haben Okay, also wir müssen die Produktion Erstmal weiterlaufen lassen Damit das auch sauber Verarbeitet werden kann Aber sollte Im Großen und Ganzen Sollte das eigentlich Soweit Gut laufen Schau die Produktion aus Wir produzieren so viel Energie Gerade So, und hier die Schlafen Ähm, Schlafbereich Ist halt auch schon Knalle voll, ne Da ist jetzt Bis zwei Betten sind noch Frei, dann ist da belegt Okay Ja, und der hat sich halt echt Mega gebrochen Und kann halt hier nicht Im Schlafbereich liegen Ah Ja, ich bin froh Wenn diese Produktion Dann endlich mal Soweit durchgelaufen ist Dass wir auch ein bisschen Bioplastik vorrätig haben Für genau solche Probleme So, wir gucken mal Drei Da haben wir acht Elf Aktuell Ja gut, zwei Ladungen Hier sind wir schon mal Bei sechs Zwei komplette Durchläufe Hier jeweils Dann haben wir schon eins plus Aber abgesehen davon Wird hier natürlich auch Nochmal Werkzeug benötigt Also ganz so Geht die Rechnung Natürlich jetzt nicht auf Ja, okay Gucken wir mal schnell Hier oben laufen So, auch wieder außenrum Das ist so ein bisschen doof Dass wir hier unten Keinen Ausgang haben Beziehungsweise Noch keinen Ausgang Hier würde ich ganz gerne Dann mal einen hinsetzen Einfach damit wir Mehr Möglichkeiten auch haben Weil die müssen jetzt Immer über diese Bergsteige Hier rüber Oh, der große Biotrom Wird demnächst Betriebsbereit Da freue ich mich sehr drauf Denn das bringt uns Auf jeden Fall Sehr, sehr viel Weizen Für diese Produktion hier Weil wir haben wahnsinnig Viel Rindfleisch Und uns geht eigentlich Noch ein bisschen Weizen aus Und solange hier noch So ein Mega Bedarf ist Oh, da kommt die Kuppel Da kommt die Kuppel Meine Lieben Der ist auch angeschlossen Hier? Ja Okay Jetzt kann hier Der Sauerstoff Erstmal reinpumpen Dann werden wir Folgendes tun Wir werden als nächstes Erstmal hier planen Einmal Sauerstoff Dann kommen hier das rein Pilze Und Weizen war das glaube ich Na ja So, haben wir jetzt erstmal Auch wieder mehr Weizen Wir haben Pilze auch Das ist auch wichtig Gut Lassen wir mal so laufen Abgedeckt sollte es ja Eigentlich sein Wenn das steht Auf jeden Fall So Dann kann das alles mal laufen Und dann können auch Unsere Biologen Mal ein bisschen Aktiver werden Auch in verschiedene Richtungen Das ist glaube ich Eine ganz feine Sache So Wie schaut es mit Bioplastik aus? Wird weiterhin Super, super, super gemacht Ab und zu Wird auch mal ein bisschen Mehr Metall noch Nachgefördert Und wie schaut es hier aus Mit der Ja Da geht halt noch nichts Ich könnte es priorisieren Tue ich aber jetzt gerade Aus Protest nicht Nee, Quatsch Ich will es aktuell Nicht priorisieren Oh oh Kommt da jemand? Das Ding muss doch Einer reparieren Wir kriegen sonst kein Wasser Hier raus Staut ein bisschen Ja, die Schlafgelegenheiten Sind natürlich nicht optimal Aber Ist besser als nix Hier wird immer weiter Aufgebaut Gut Okay Jetzt entsteht hier auch ein bisschen Bedarf Ja, kein Problem Habe ich jetzt Keine Bauchschmerzen damit Wenn ich ehrlich bin Okay 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 So Ja, die Außenteile Diese Seiten Die wir brauchen halt einfach ein bisschen So, weiter geht's Weiter Ersatzteilproduktion Die sind immer erschöpft Das ist auch ein ganz klares Zeichen Dass wir halt echt ein Problem haben So Ja, auch Wasser hier Das ist alles so ein bisschen blöd Wir haben einfach zu wenig Versorgung Mit der einen Kantine Die kommt gerade so hin Aber viel Essen Bleibt da halt auch nicht Passt da wenigstens mal was Gutes zu essen Auch ein bisschen vorrätig Das ist sehr schön Ja, und hier kommt das auch alles nach und nach So Hier wird auch mal ausgelagert Das ist auch mal eine feine Sache Dass wir auch mal den ganzen Stärke Gedönsel wegarbeiten können Wir haben noch 20 im Lager Das ist okay Aber da sollten wir natürlich auch nachproduziert bekommen Wie war's denn mit den Pilzen eigentlich? Die produzieren sehr gut Okay Wer kommt denn da eigentlich? Wieder ein Biologe Das ist Baumeihalter tatsächlich auch gerade Zumindest solange wir da noch knapp sind Und die Kantine, die wird uns helfen Aber halt auch erst, wenn sie fertig ist Wir haben aktuell draußen 35, 36 Bioplastik rumgammeln Ich bin mal da ganz kurz der Überlegung Was ist und wie lange hält das da eigentlich? Das hält da ewig, solange das da liegt, ne? Ja Na, hier ist schon ein bisschen abgearbeitet Okay, da müssen wir aufpassen Dass die Bauaufträge nicht 100 Jahre dauern Ja Kommt Strom rein Schauen wir mal Mit Blitzeinschlägen Das ist schon aber Schon ganz schön hart Schade, ich habe gehofft Ich erwische nochmal so einen Blitz beim Einschlag Hier, aber das Wetter scheint schon durch zu sein Okay Freunde, was auch durch ist Ist diese Folge Denn wir sehen uns aber in der nächsten wieder Wenn ihr Bock drauf habt Bis dahin sage ich erstmal danke fürs Zuschauen Habt eine tolle Zeit Lasst es euch gut gehen Für euch nur das Beste Und Zwerg Auf Zwergtyp Schüuch